Technik Träger Cyberpunk, meine Fantasie macht klar Spoiler Alarm, ich bin bei der CIA Hallo Leute, ich grüße euch. Heute verrate ich euch, wie ihr eure CIA Sicherungskopien auf dem Citra VR Emulator zum Laufen bekommt. Das ist nicht so kompliziert, wenn ihr hier aufpasst. Wichtig ist, ihr installiert euch erstmal SideQuest mit all seinen Freigaben auf eure Quest 3. Die Anleitung dazu ist in der Videobeschreibung. Befolgt bitte diese Anleitung Schritt für Schritt, da müsst ihr ein bisschen Zeit aufwenden und kommt dann wieder zu meinem Video zurück. Wenn ihr das gemacht habt, gebt ihr dann hier bei Search Games bei SideQuest Citra VR ein einfach, dann kommt Citra VR und dann geht ihr auf Side Load und dann installiert euch das SideQuest automatisch Citra VR in eure Quest 3. Dann geht ihr hier auf Manage Files on the Headset. Ihr geht auf Plus und dann geht ihr auf Make New Folder in this Folder, ok? Dann schreibt ihr 3DS Games zum Beispiel rein und geht auf Make Folder. Wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr schon mal euren Ordner, wo ihr da quasi eure Spiele draufladen tut, ok? So, jetzt werdet ihr feststellen, dass eure Spiele, wenn ihr die dann kopiert über den Citra, nicht funktionieren im CIA Format so einfach bei dem Emulator. Denn ihr braucht einen 3DS Rom Decryptor, sowohl diesen hier, wenn ihr angecryptete 3DS Spieleformate habt, dann braucht ihr das da. Dann müsst ihr die erstmal uncrypten, ja? Das wäre der Schritt in dieser Variante. Die Regel ist aber, die Regel, ja, ist, ihr habt die normalen, angecrypteten Sicherungskopien eurer Spiele. Und ja, könnt ihr dann zum Beispiel einfach das hier runterladen und entpacken, ok? Wenn ihr das gemacht habt, dann sieht die Unterstruktur des Ordner so aus. Gitnor, Converter, Make Rom, Readme. Ihr tut dann eure Sicherungskopie, zum Beispiel M7, CIA, da reinkopieren, von eure, keine Ahnung, Festplatte, zieht ihr dann hier in diesen Unterordner, den ihr empackt habt rein, ok? CIA 2DS Converter, das ist der empackte Ordner, der ZIP-Datei. Dann geht ihr auf Converter, drückt Doppelklick und dann erstellt er für euch diese Datei M7 3DS oder je nachdem, wie eure Sicherungskopie heißt von eurem Spiel, was ihr da angefertigt habt, ok? Mit dieser Datei könnt ihr arbeiten, denn dann geht ihr nämlich auf Sidequest, geht auf euren Ordner hier 3DS Games, drückt da drauf. Ich drücke da jetzt nicht drauf, weil ich nicht diese Datei Struktur hier darstellen möchte, ok? So, dann geht ihr hier auf Add a File und geht hier auf Upload File to this Folder in Sidequest, ok? Und dann wählt ihr diese Datei aus. Diese Datei und dann passiert folgendes, die Datei ist unter eurem 3DS Games Ordner für euren Citra Emulator. Und dann könnt ihr das Spiel in der Regel ganz normal starten. Manchmal habt ihr aber das Problem, dass die Spiele ruckeln, dass da fehlende Darstellungen sind und so weiter und so fort. Das lösen wir auch zusammen und zwar im nächsten Video. Genau. Und alles weitere dann ist in der Videobeschreibung. In dem Sinne, schönen Tag und schönen Abend. Hast du gesehen, Bob? Ich hab's getan! Ich hab's getan, Bob! Ja! Ja!